Guten Morgen und herzlich willkommen bei Chiqui TV. Ich bin Chiqui und heute mein Neufelschirm Cocktail Wednesday. Was wir heute machen, das sehen wir gleich. Wir machen heute in Kolumbia und du könntest sehen, 2cl Zitronenjus dran. Nur dem Zitronenjus machen wir dann Orangejus dabei, 12cl, so ungefähr. Und da sollte noch 2cl Wodka dabei kommen. Wie ihr da noch kennt, ich brauche Cocktail mit Sprit, also ihr könnt besser mehr Wodka dran. Zu guter Last kommt dann ein Eis dabei und dann können wir uns die Klappe, ähm, Shaken machen. Wenn wir fertig mit dem Klappe Shaken sind, stellen wir uns ein Mixed an Glas. So. So. Da ist ein Grenadin dran. Die muss man ganz bewusst sein draschen, damit man die Zweifarbigkeit kann. Die soll sich in und aufsetzen. Und zum Schluss könnt ihr noch eine Blue Coise haben dabei. Die noch ganz viel sich strakig hat geht. So. Da rühren wir uns erstmal. Und dann gucken wir mal, ob den auch schmacht. Ah. Das ist so viel Getränk. So. Falls euch dieses Video gefallen hat, gib ich euch über ein Like. Früher gleich auch ein Abo. So. Ähm. Das war wieder von mir. Dann bis die nächste Woche. Und TrickyTV. Ciao. Ciao. Ciao.